So, liebe Facebook-Freunde, wir sind jetzt am wunderschönen Tegernsee angekommen. Unsere Autos stehen hier alle vor dem Hotel, die jetzt gerade am Ausladen sind. Die anderen stehen schon in der Garage. Hier stehen zum Beispiel wieder ein paar Ferraris. Ja, ich denke, wir werden einen tollen Gold rankriegen. Wir haben 70 tolle Teilnehmer. Heute Abend kommen noch einige, im Früh die letzten. Es sind dann im Schluss 70 Teilnehmer mit über 40 Autos. Und ich freue mich, dass alle mit dabei sind. Tolle Unternehmer dabei, tolle Menschen. Und wir werden sicher einen wunderschönen Gold rankriegen. Und wer von euch nicht dabei ist, sollte sich gleich für Kitzbühel 2020 anmelden. Hier kommt schon wieder der nächste Ferrari, unsere Paula. Die kommt gerade mit der 75 an, wie ihr sehen könnt. Und wie schon gesagt, wir fahren im Mai. Ende Mai geht die Gottland 2020 wieder nach Kitzbühel für zwei Tage zur Rosi. Tolle Touren. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich mal Innsbruck mitnehmen. Wir haben ja letztes Mal Salzburg hatten. Es gibt wieder 70 Teilnahmemöglichkeiten. Wir werden wieder in den schönen Bichlhof gehen. Und schaut Schloss Lebenberg. Also von dem her, alle, die jetzt hier am Tegernsee nicht mit konnten, nicht vergessen 2020. Meldet euch gleich rechtzeitig bei mir. Wir freuen uns auf eine tolle Gold rankriegen, auf gesunde Tage, dass alle wieder gesund nach Hause kommen. Und wir werden hier weiter berichten und werden euch natürlich auch wunderschöne Bilder zukommen lassen in unserer Gruppe. Und liebe Grüße von allen Teilnehmern an euch.